Audio to go präsentiert Lady Churchill von Marie Benedikt aus dem Englischen von Marike Heimburger. Es liest Sabine Arnold. Immer fühle ich mich anders. Ganz gleich, in welchen Sphären ich mich gerade bewege, ich fühle mich immer außen vor. Selbst heute. Gerade heute. Die schwache September-Sonne versucht, die Dunkelheit des kalten, frühen Morgens hier am Portland Place 52 zu durchbrechen. Blasses Licht dringt in das geräumige Schlafzimmer, das mir meine Gönnerin Lady Santalia zur Verfügung gestellt hat, und fällt auf die Schneiderpuppe, wie um mich daran zu erinnern, dass das weiße Satin-Kleid auf mich wartet. Meine Finger wandern über das kunstvoll bestickte Mide mit dem eckigen Ausschnitt. Der glatte, venezianische Stoff ist das edelste, was ich je getragen habe. Und mit einem Mal verspüre ich, wie ich sonst nur zu gerne allein bin, das ungewöhnliche Verlangen nach Gesellschaft. Ich mache mich auf die Suche nach den Kleidern, die die Dienstmädchen nach meiner Ankunft vor zwei Wochen für mich ausgepackt und in die Kommoden und den Spiegelschrank geräumt haben. Doch ich finde nichts als das Korsett und die Leibwäsche, die ich heute unter dem weißen Kleid tragen soll. Erst da geht mir auf, dass die Mädchen meine Habseligkeiten wieder zurück in den Koffer gepackt haben müssen, für die nächste Reise. Danach. Allein der Gedanke an das Danach lässt mich erschauern. Ich binde den grauen Seidenmorgenmantel zu und schleiche mich auf Zehenspitzen die offene Treppe in Lady Santelias' großem Haus herunter. Zunächst weiß ich nicht genau, was ich eigentlich suche. Doch als ich eins der Dienstmädchen im Salon vor dem Kamingitterknien sehe, habe ich eine Eingebung. Die Ärmste erschrickt sich, als sie meine Schritte hört, und fährt herum. Guten Morgen, Miss Hosea. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sie wischt sich die schwarzen Hände an einem an ihrer Schürze befestigten Lappen ab. Ich zögere. Setze ich das Dienstmädchen einer Gefahr aus, wenn ich es um Hilfe bitte? Ich bin sicher, Lady Santelia wird mir heute jeden Verstoß gegen das Protokoll verzeihen. Das könnten sie in der Tat. Natürlich nur, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Ich schlage einen untertänigen Ton an. Ich erkläre dem Dienstmädchen, dass etwas so alt sein muss wie ich selbst, mein Dilemma, und sofort eilt es Richtung Küche. Zuerst fürchte ich, sie hat mich missverstanden oder hält mich für verrückt. Aber dann folge ich ihr, und als sie über den groben Holzfußboden der Küche zur Dienstbotentreppe eilt, verstehe ich. Ich bleibe in der Küche stehen, während das Dienstmädchen in seinen Arbeitsstiefeln erst die Treppe hochpoltert und dann über den Flur im Dachgeschoss, wo sich die Gesindekammern befinden. Ich warte und bete, dass der Lärm nicht den Rest der Dienerschaft aufweckt, denn wenn mich irgendjemand von ihnen in der Küche antrifft, wird ganz sicher sofort Lady Santelia gerufen. Das Dienstmädchen kehrt allein und mit einem Bündel auf dem Arm wieder. Ich seufze erleichtert. Wie heißen sie, frage ich, als ich ihr das Bündel abnehme. Mary, Miss. Sie macht einen winzigen Knicks. Ich stehe für immer in ihrer Schuld, Mary. Es war mir eine Ehre, Miss Hosea. Sie schenkt mir ein verschwörerisches Lächeln, und mir wird klar, dass ihr ihre Rolle in diesem unorthodoxen Plan Spaß macht. Vermutlich handelt es sich um eine willkommene Abwechslung inmitten ihrer sonst eher gleichförmigen Tage. Ich wende mich ab und will zur großen Treppe zurückgehen, als Mary flüstert. Warum ziehen sie sich denn nicht in der Speisekammer um, Miss? Das ist doch sicherer, als wieder nach oben zu gehen. Ich werde dafür sorgen, dass ihre Sachen in ihr Zimmer gebracht werden, bevor jemand sie hier sieht. Mary hat recht. Jeder Schritt auf der großen, knarzenden Treppe würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Dame des Hauses oder jemand von ihrer Dienerschaft erwacht. Ich ziehe mich in die Speisekammer mit Regalen voller Einmachgläser zurück und schließe die Tür bis auf einen Spalt, damit noch etwas Licht hereingelangt. Ich lasse meinen Morgenmantel und mein Nachtkleid zu Boden fallen und schnüre das Bündel auf.